Denn wenn die Unterstützung der Ukraine nicht weitergeht, wenn die Ukraine sich nicht weiter verteidigen kann, dann droht der russische Angriffskrieg weiter Richtung europäische Grenzen, Richtung unserer eigenen NATO-Grenze zu kommen. Wenn die Ukraine unsere Freiheit nicht weiter verteidigen kann, dann droht dieser Krieg acht Autostunden entfernt auch von Berlin zu sein. Oder weitere acht Autostunden hier von Brüssel entfernt, dem Herzkammer unserer Europäischen Union, der Herzkammer unserer gemeinsamen Allianz.